Fürchte dich nicht, glaube nur. Markus 5, Vers 36. Schalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, glaube nur. Das Wichtigste an diesem Vers findet sich in dem Wort nur. Denn es geht um einfachen Glauben, kindlichen Glauben. Wenn du dich selbst und alles andere, worauf du dich verlässt, loswerden kannst und nur Gott hinter dir hast, dann bist du an einem Ort der Stärke. Wenn du dir selbst helfen willst und in dem Maß, in dem du dir eben selbst helfen kannst, dann wirst du feststellen, dass sich das Leben Gottes und die Kraft Gottes in dir und in deinem Leben vermindern. Du scheiterst und es misslingen dir die Dinge. Du kommst an deine Grenze und stellst fest, dass es nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Gott hat dich doch auf diesen Weg geschickt und nun strauchelst du. Nun gibt es Dinge, die nicht gelingen oder die sich wirklich schwierig anfühlen. Nun, es geht darum, dass du verstehst, dass du dir selbst wirklich nur in einem geringen Maß helfen kannst. Und Gott will, dass wir uns an ihn klammern. Absolut, vollkommen und ganz und gar. Das ist der große Plan, den Gott für uns alle hat. Glauben nur. Wenn wir glauben, werden wir absolut Ruhe und vollkommene Unterordnung erfahren. Das ist das, was auch ich und auch viele Menschen erfahren. So hat Gott vor einigen Wochen erst in einer großen Herausforderung, in einer großen Bedrängnis zu mir gesagt, Miriam, glauben nur. Und ich merkte und spürte sofort, wie alles von mir abfiel, wie jeder Drang und jeder Zwang, viel tun zu müssen, abfiel. Und ich hörte ihm zu, wie er zu mir sprach und sagte, glaube nur. Ich werde dir sagen, welche Schritte du zu gehen hast. Ich werde durch dich sprechen. Ich werde dir helfen. Ich bin an deiner Seite. Du bist in meinem Haus. Also halte die Hand Jesu und glaube nur. Nun, das ist etwas Wundervolles. Und Gott ist so stark in unserem Leben. Und seine Kraft soll so stark durch uns, in unserem Leben wirken. Nur stehen wir selbst im Weg. Nicht er. Er ist es nicht, der sich verweigert. Wir sind es, die nicht wagen zu glauben. Die Sache ist, dass Bedingungen von Gottes Seite übersteigen immer unsere Bitten und unser Denken. Er ist viel größer. Seine Liebe zu uns ist viel größer, als wir das vorstellen oder erdenken können. Nun, das, was auf unserer Seite ist, das kann Gottes Größe nicht erreichen. Wenn du nun nicht an einen Ort kommst, wo du in dem allmächtigen Plan Gottes ruhst, dann wird sein Plan nicht so erfolgreich sein können. Die Sache ist, du musst ihm glauben. Und sobald du ihm glaubst, wirst du absolute Ruhe und vollkommene Gelassenheit haben. Dann kannst du sagen, Gott hat es gesagt und es kann nicht schief gehen. Alle seine Verheißungen sind Ja und Amen für den, der glaubt. 2. Korinther 1, Vers 20. Lies es nach. Es steht geschrieben. Und so oft sagt er, glaube nur, glaube meinem Wort. Sorge dich nicht, sagt uns Jesus. Diesen Befehl, uns nicht zu sorgen, sondern Gott zu glauben. Die Tatsache, dass er uns sagte, ob wir mit Sorgen und Kummer denn unser Leben verlängern könnten. Können wir uns denn ernähren? Können wir denn unsere Probleme lösen, indem wir uns sorgen? Das ist es, was Gott uns sagen möchte. Jeden Tag möchte er dir sagen, lass dich tiefer in mich, in meine Liebe hineinfallen. Vertraue dem Plan für dein Leben, den ich erstellt habe. Glaube mir, dass, wenn ich eine Tür schließe, eine andere weit geöffnet ist, die dich von Herrlichkeit zur Herrlichkeit gehen lässt. Die Sache ist die, wagst du es zu glauben? Wagst du es ihm zu vertrauen? Leg nun alle Sorge und jede Furcht ab, denn du sollst ihm glauben. Übergebe Gott die volle Verantwortung für dein Leben, für die Situation, in der du gerade steckst, die sich schwierig erweist. Nimm das vollbrachte Werk am Kreuz vollkommen an und nimm somit auch Heilung, Versorgung und die Erlösung von allem Mangel und jeder Bedrängnis an. Es geht nicht darum, dass es keine Schwierigkeiten mehr gibt, aber es geht darum, dass Gott in Jesus die Lösung für alles bereits dargebracht hat. Die Sache ist immer unser Wille. Die Frage ist immer, welche Prägungen, welchen Glauben leben wir? Und oftmals sind Prägungen dieser Welt so tief in uns vorgedrungen, dass es schwierig ist, sie loszulassen. Aber hier ist der Ruf Gottes in dein Herz. Lass los, lass die Welt aus dir sterben. Komm zu mir, mein Kind. Das ist es, was er dir sagt. Vertraue mir, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Nimm die Bibel zur Hand und lies selbst, was in Markus 5 geschrieben steht. Glaube nur, fürchte dich nicht. Und so, wenn du magst, lass uns gemeinsam beten und jeden Geist der Furcht aus deinem Leben verbannen. Gottvater, im Namen Jesus. Ich glaube an das vollbrachte Werk am Kreuz. Ich glaube daran, dass Jesus alles von mir genommen hat, was diese Welt so schwer auf mich legte. Doch ich glaube auch, dass er den Tod von mir nahm, die Zerstörung. Und dass ich mich nicht fürchten muss, denn ich habe das Leben in Christus. Ich glaube an die Auferstehung und die Kraft und mein Erbe. Im Namen Jesus muss nun jeder Geist der Furcht aus meinem Leben weichen. Denn ich lade den Glauben, deinen Glauben, Gottvater, in mein Leben ein. Ich will dich kennen, wo dich niemand vor mir gekannt hat. So wie Jesus dich kannte und in seine Fußstöpfen treten, in einem Joch mit ihm gehen, Hand in Hand. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst, im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seen-Mentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist es Liebe und Frieden und den sollst doch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.